Hey, 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 hey. Was geht ab, Freunde, Sascha von SKGAMETVs Video und herzlich willkommen zu eurer neuen FIFA 15 Ultimate Team Squad Builder von mir. Im Hintergrund seht ihr wie immer schon das gesamte Team, die Elf Spieler, die ich euch heute vorstellen werde. Und ja, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wie ihr an den Spieler erkennen könnt Es ist vorne mit viel Pace verbunden, alle haben über 90 Pace im Mittelfeld Stabiles Mittelfeld, ist kein wirklicher Spielmacher dabei Also die sind vorne und hinten, also ein sehr gutes Mittelfeld meiner Meinung nach Und die Abwehr seht ihr ja selbst, Chelsea, Paris Saint-Germain dreimal Und dann im Tor fangen wir jetzt einfach mal an mit Salvadori Sirigu hat schon bei mir 95 Spiele gemacht, was echt schon viel ist Ja, ich liebe ihn einfach, kann man so schon so sagen Weil er in fast jedem Squawbiter von mir drin ist, weil er einfach bei mir richtig stark ist Allerdings gibt es noch einen besseren Keeper natürlich wie Courtois und Neuer Aber Sirigu finde ich sehr gut und kostet auch nicht viel Linke Innenverteidiger ist ebenfalls von Paris Saint-Germain, Thiago Silva Und Rechtsverteidiger ebenfalls von Paris Saint-Germain, auch ein Brasilianer, nämlich David Luiz Also die beiden Abwehrspieler zusammen in der Innenverteidigung ist richtig stark Einfach nur richtig schnell unterwegs Silva 78 Tempo, Luiz 77 Tempo und einfach beide Biester da hinten drin Also richtige Tiere Er ist doch nur 1,83 groß, das geht immerhin Naja, aber dafür ist David Luiz fast 1,90 groß Also die Innenverteidigung kann ich auch wirklich empfehlen, die ist richtig stark Rechtsverteidiger ebenfalls von Paris Saint-Germain, Serge Aurier Da könnt ihr aber glaube ich allerdings auch Konko von Lazio rum hinstellen Ich kann es euch überlassen, aber Aurier ist genauso gut wie Konko Also die beiden habe ich schon beide mal gespielt Und die beiden finde ich auch sehr gut Linker Verteidiger ist von JT Philippe Luiz Sehr gute Roundwerte, sehr gute Defensivwerte Und 82 Tempo reicht auch völlig aus für den Linksverteidiger Und ja, schnelle Verteidigung kann man schon so sagen Alle, also die Außenverteidiger, beide über 80 Tempo Innenverteidiger auch sehr schnell unterwegs Und der Torwart auch sehr gut Also die Verteidigung müsst ihr euch mal bauen Weil sie echt sehr stark ist Im Mittelfeld haben wir Chelsea, Paris Saint-Germain und Juventus Pogba, Matuidi und Ramirez Und Ramirez weiß ja jeder sehr schnell als ZM 88 Tempo Also das ist schon eine Hausnummer Das ist richtig stark Und zu Matuidi spielt ja in der Mitte Deswegen eher so einer, der auch etwas weiter nach hinten geht Hat auch Hoch-Hoch-Arbeitsraten Ramirez hat auch Hoch-Hoch-Arbeitsraten Also ich sage euch, dass Pogba ist glaube ich der Spielmacher Wenn man das so unbedingt will Der offensivere, der den offensiveren Part einnimmt Und ja, zu Pogba brauchen wir eigentlich auch nicht viel zu sagen Er hat schon zwei Informationsvielstände Skatesvielstände, Schwacherfuß, Hoch-Mittel-Arbeitsraten Wie gesagt, eher offensiv zu finden Aber auch sehr starke Defensivwerte Also das ist echt ein Allrounder Es ist ein richtiges Biest Ich hätte ihn mir eigentlich schon mal früher kaufen müssen Und habe mit dem Team jetzt fünf Spiele gemacht Und habe alle gewonnen Also ihr müsst euch das Team unbedingt mal bauen Und ich habe das Team sogar, falls euch das aufgefallen ist Beim Food Birthday Cup gespielt Das habe ich ja am Freitag hochgeladen Und da haben wir das Turnier ja auch gewonnen Mit dem Team hier Aber das Team muss man eigentlich mal bauen Weil es echt mega geil ist Und ja, Mittelfeld wie gesagt sehr gut Und im Sturm haben wir Und im Sturm haben wir Cevigno, Dumia und Biabiani 96 Pace, 93 Tempo und 93 Tempo Also richtig, richtig, richtig schnell Cevigno, ja 69 Schuss ist nicht so gut Aber im Spiel merkt man, dass er schon besseren Schuss hat Und ja, er hat halt das Tempo wie die anderen beiden auch 52 Spiele hat er schon bei mir gemacht 24 Tore, 9 Vorlagen Also richtig gut die Statistiken Dumia toppt das nochmal Mit 34 Spiele, 27 Tore, 13 Vorlagen Also der Typ geht bei mir übelst ab Leider muss man sagen Er gewinnt fast gar kein Kopfballduell Aber dafür knipst er dann halt eiskalt Und hat halt auch 4 Stunden Skills Und 93 Tempo Biabiani Biabiani von Parma aus der Serie A Ein Franzose, 96 Tempo, der schnellste aus diesem Team Hochgeringe Arbeitsraten Leider nur 3 Stunden Skills Aber ja, hat genauso laut Statistik, laut den Stats Nur 66 Schuss So ähnlich wie Cevigno Aber die beiden Schüsse gehen schon in Ordnung Und Biabiani's Flanken sind auch sehr gut Also wie gesagt, das Team müsste eigentlich mal nachbauen Gefällt mir sehr gut Im Titel könnt ihr jetzt auch lesen, wie viel das kostet Ich weiß jetzt nicht wie viel 100.000 Münzen oder so Also nicht viel Und ja, wenn euch das Team und das Video gefallen hat Dann lasst gerne eine positive Bewertung da Würde ich mich ziemlich drüber freuen Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder Haut rein, macht es gut und Ciao 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 Ciao